Ich mache jetzt die schönste Gesichtsmaske der Welt. So pink mit ganz viel Glitzer. Let's go! Zuerst kommt das Wasser rein. Und jetzt die Spezialzutaten. Zuerst mal ein rosa Glitzer Serum. Flüssiger Highlighter. Eine Donut Maske. Für die Farbe so ein pinkes Pigment. So ein Glitzer. Und rosa Herzis. Tablette nicht vergessen. Ich würde sagen, ich habe es verkackt. Oh Mann.